Wir wünschen gute Unterhaltung mit dieser Produktion von Audio Colors. Milena, Crazy in Love von Christine Thomas, gelesen von Helen Hankele. September irgendwas 2013, habe das Datum gerade nicht im Kopf. Heute war der beschissenste Tag meines beschissenen Lebens. Aber ich greife vor. Immerhin habe ich seit Wochen nichts geschrieben. Wie auch, ich komme zu nichts, seit meine Mutter diesen Penner geheiratet hat. Im Juli sind wir nach Köln gezogen, was bedeutet, dass ich in einer neuen Stadt noch einmal von vorn anfangen durfte. Neue Schule, neue Leute, neues Haus. Danke, Ma. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass meine Mutter den Verstand verloren hat. Ich meine, wie lange hat sie diesen Typen gekannt, bevor sie ihn vor den Altar gezerrt hat? Fünf Minuten, oder was? Verglichen mit Berlin ist Köln ein Dorf. Aber das Schlimmste ist, dass Papa in der Hauptstadt geblieben ist und ich ihn seit einer Ewigkeit nicht gesehen habe. Wenn ich heulen könnte, stünde mein Zimmer mittlerweile unter Wasser. Stattdessen bekomme ich keinen Bissen runter. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mein Stiefdingsbums ist am Montag nach Edinburgh geflogen. Yippie ja jay. Kommt aber heute zurück. Shit. Das Beste an ihm ist, dass er mich in Ruhe lässt. Trotzdem ist er irgendwie unheimlich. Was meine Mutter in ihm sieht, ist mir schleierhaft. Ich meine, er ist nicht mal ihr Typ. Wenn es je zwei Menschen gegeben hat, die nicht zusammenpassen, dann diese beiden. Er ist Engländer. Schotte, um genau zu sein. Wenn mal ein Schottenwitz passt, dann die Sache mit dem Geiz. Nicht, dass er knausrig ist oder so. Aber er spricht so wenig, als müsste er jedes Wort bezahlen. Und dann ist er auch noch super korrekt und ordentlich. Wird mich nicht wundern, wenn er seine Boxershorts bügelt. Jetzt erklär mir mal einer, wie das zusammenpasst. Er und meine Mutter. Hallo? Sie ist... Nun, eben hellen. Schusslich und vollvergesslich. Ich geb ihnen ein halbes Jahr, dann ist diese Beziehung Geschichte. Tja, und gerade als ich dachte, dass meine Woche nicht schlimmer werden kann, bekomme ich eine Mail von Emma. Sie geht in meine Klasse und ist super nett. Wir hängen oft zusammen ab und so wie ich das sehe, ist sie Anwärterin als meine neue beste Freundin. Eigentlich wollte ich nach dem letzten Desaster keine beste Freundin mehr. Aber bei Emma liegt die Wahrscheinlichkeit bei 70, 75 Prozent. Jedenfalls schreibt sie, dass Nick in zwei Wochen eine Riesenparty schmeißt und sie auf eine Einladung hofft. Nick, alias Niklas, ist der mit Abstand heißeste Typ meiner Schule. Aber leider schon vergeben. Zugegeben, in seinem Universum existiere ich praktisch nicht. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen, oder? Der einzige Lichtblick ist mein Flug morgen Nachmittag. AB 6502, 16.55 Uhr ab Köln. Um 18 Uhr bin ich bei Papa und verbringe das ganze Wochenende mit ihm. Gepackt habe ich schon, fehlt nur noch... Ups, ich muss Schluss machen, eben kommt eine E-Mail. Wahrscheinlich von Emma. Vielleicht hat Nick mich ja doch bemerkt und lässt über sie anfragen, ob der Hauch einer Chance besteht, dass ich eventuell zu seiner Feier komme. Aber klar doch! Miller ließ das Tagebuch zuschnappen und warf es auf das Bett hinter sich. Sie hatte sich noch nicht an ihre neue Umgebung gewöhnt, obwohl sie nun viel ausgedehnter wohnten als in ihrer Altbauwohnung in Berlin-Spandau. Ihr Zimmer war dreimal größer als das alte, hell und freundlich mit drei riesigen Balkonfenstern und einem weißen Himmelbett. Die Protzschlafstätte war Max' Idee gewesen, ihrem Stiefdingsbums. Er glaubte wohl, dass ihr so etwas gefallen würde. Um ihm eins auszuwischen, hatte sie bis auf die gerahmten Fotos und den Schuluniformen nichts ausgepackt. Überall standen Umzugskisten im Weg, die ihrem Zimmer einen gewollt ungemütlichen Touch verliehen. Die Aussage war klar. Wozu auspacken? Hier bleibe ich ohnehin nicht lange. Alles roch neu. Ein Mix aus frischer Farbe, Holz und Bohnenwachs. Mac hatte keine Kosten und Mühen gescheut, sich bei ihr einzuschleimen. Den komischen Spitznamen haben ihm seine James-Bond-Kollegen verpasst, aus der Zeit, als er Minikameras und Abhörgeräte für den englischen Nachrichtendienst entwickelt hat. Vermutlich wegen seiner schottischen Vorfahren. Was wusste sie schon? Eigentlich hieß er Sam. Aber außer ihrer Mutter nannte ihn niemand so. Und das auch nur, wenn er unangemeldet in ihr Atelier platzte. Also, wenn sie sauer auf ihn war. Was leider viel zu selten vorkam. Eigentlich so gut wie nie. An diesem Punkt würde Mila noch arbeiten müssen. Aber zuerst die E-Mail. Sie war von ihrem Vater. Vermutlich brauchte er die Flugnummer oder sowas. Schnell überflog sie den kurzen Text. Ihre Finger krampften sich um die Maus, bis die Knöchel weiß hervortraten. Ungläubig las sie die Nachricht ein zweites Mal. Sorry, Kleines. Wir müssen unser gemeinsames Wochenende verschieben. Bin auf dem Weg nach Shanghai. Wir bauen dort einen Hotelkomplex. Melde mich wieder, wenn ich zurück bin. XXX, Paul. Genau das war der Grund, warum sich ihre Mutter hatte scheiden lassen. Er war nie da. Ausgerechnet jetzt, wo sie ihn dringender brauchte als je zuvor, ließ er sie auflaufen. Als Architekt chattete er regelmäßig über den Globus und tauchte nur selten zu Hause auf. Für sie hatte er allerdings immer Zeit gehabt, auch wenn sie einen Großteil der Kommunikation über den elektronischen Weg führen mussten. Doch seit sie fortgezogen waren, wurden die Abstände zwischen den Mails länger und er meldete sich auch nicht mehr sofort, wenn sie ihm eine Nachricht hinterließ. Millas Herz raste, während sie seinen Dreizeiler ein weiteres Mal las. Was sollte das werden? Hatte er sich am Ende auch von ihr getrennt? Eine Mischung aus Schmerz und Wut zog sich in ihrer Mitte zu einem festen Klumpen zusammen. Diese zusammengeklempnete Familiennummer wurde ihr langsam zu viel, zumal das Ganze offensichtlich nicht funktionierte. Wie konnte Paul absagen, sie hatten sich mehr als sieben Wochen nicht gesehen? Womit hatte sie die Rücksichtslosigkeit ihrer Eltern verdient? Wie konnte sich ihre Mutter verlieben, wenn das bedeutete, dass sie damit die Familie auseinanderriss? Eine Kombination aus Gedankenlosigkeit und fehlender Informationsübermittlung hatte dazu geführt, dass Miller erst von der Scheidung erfuhr, als diese praktisch rechtskräftig war. Durch Pauls lange Auslandsabwesenheiten verzichtete die Richterin auf das Trennungsjahr. Dabei hätte Miller alles dafür gegeben, mehr Zeit mit den beiden zu verbringen. Zeit zum Reden, aber auch, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ihr Vater war ausgezogen und die Scheidung in Rekordzeit durch. Die Tinte auf dem Dokument war noch nicht trocken, da schleppte ihre Mutter diesen Mac an, mit dem sie sich anscheinend schon eine ganze Weile getroffen hatte. Miller hatte ihr Bestes getan, ihn zu ignorieren, doch das wurde unmöglich, als sie nach Köln in sein Haus zogen. Während der Sommerferien hatte sie sich entweder in ihrem Zimmer oder im Stall verkrochen und war für keinen seiner Annäherungsversuche zugänglich. Nicht einmal, als er ihr ein MacBook kaufte, nachdem ihr Altes den Geist aufgegeben hatte. Glaubte er wirklich, dass er sie bestechen konnte? Eine Woche lag das Teil original verpackt in ihrem Zimmer, bis sie einen PC zum Chat mit ihrem Vater brauchte. Also schön. Warum sollte der Typ nicht dafür blechen, dass sie mit Paul reden konnte? Über ihren neuen Rechner bestellte sie dann auch die Flugtickets nach Berlin und bezahlte sie mit Max Kreditkarte, die er unvorsichtigerweise auf dem Esstisch hatte liegen lassen. Pech für ihn. Ihre Mutter war deswegen fuchsteufelswild gewesen und hatte sie zu einer Woche Fernsehverbot verdonnert. Fernsehverbot. Wo lebte diese Frau? Das hier war das digitale Zeitalter. Mit einem Klick konnte man sich jeden Film aufs Handy laden. Also ehrlich. Doch Mac wollte es so, behauptete sogar, dass er die Amex deswegen rausgelegt hatte. Aber klar doch. Wie auch immer. Miller war der Ansicht, dass er noch lange nicht genug bezahlt hatte. Immerhin musste sie seinetwegen hier leben. Er hatte ihre Eltern auseinandergebracht. Dieser Mistkerl musste gewusst haben, dass Helen verheiratet war. Immerhin trug sie einen Ehering. Aber das war ihm schnurzegal gewesen. Er hatte sich in ihr Leben gedrängt, ob schon glasklar war, was auf dem Spiel stand. Ihre Familie. Mac hatte ihr nicht nur die Mutter gestohlen, sondern auch den Vater. Und der sagte nun das erste gemeinsame Wochenende ab, seit sie weggezogen waren. Dass nun selbst der Anschein von Ordnung wie ein Kartenhaus in sich zusammendrach, schlug dem Fass den Boden aus. Nichts war in Ordnung. Ihr Vater lebte in Berlin, während sie sechs Autostunden entfernt in diesem elenden Kaff festhing, unter dem Dach eines Mannes, dem sie diesen ganzen Mist zu verdanken hatte. Und Helen tat so, als wäre das die tollste Sache der Welt. Leises Geschirrgeklapper und der Duft frisch aufgebrühten Kaffees riss sie aus ihren Gedanken. Anscheinend werkelte ihre Mutter in der Küche. Plötzlich wusste sie, wohin sie ihren angestauten Zorn richten konnte. Säne knirschend stieß sie die Tür zu ihrem Zimmer auf und flog förmlich die Treppe nach unten. In der Küche drehte Helen ihr den Rücken zu und bewegte sich sachte im Takt einer Melodie, die nur sie hören konnte. Wie so oft befand sie sich in ihrem eigenen Paralleluniversum. Die Stöpsel des iPods in den Ohren, den Blick in die Ferne gerichtet. Abgekapselt. Unerreichbar. Darf ich vorstellen? Meine Mutter. Sie trug eines von Max' Flanellhemden, das ihr mindestens drei Nummern zu groß war, eine ausgewaschene Jeans und Flipflops. Ihre nackten Füße waren mit blauen Sprenkeln übersät. Anscheinend kam sie gerade aus dem Atelier, um sich einen Kaffee aufzubrühen. Eine ganze Kanne sogar. Wie merkwürdig. Normalerweise bereitete sie jede Tasse einzeln zu. Ein Ritual, dessen Sinn sich Milla bisher nicht erschlossen hatte. Mit einem Mal wurde ihr Brustkorb eng. Helens gute Laune fühlte sich wie ein Verrat an. Wie konnte sie glücklich sein, während ihre Tochter Höllenqualen litt? Wie zur Bestätigung summte sie in diesem Moment eine Passage aus Cry Me A River von Dinah Washington. Ja, dachte Milla bitter. Das hier ist auch zum Heulen. Helens Welt hatte sich zum Besseren gewandelt, während ihre von Tag zu Tag schlimmer wurde. Sie ballte die Hände zu Fäusten. Hey! Ihre Mutter zuckte zusammen, nahm die Kopfhörer ab und schenkte ihr ein Lächeln. Als sie die Mine ihrer Tochter sah, hob sie Fragen die Braun. Wusstest du, dass Papa in Shanghai ist? Er hat so etwas erwähnt. Sie füllte ihre Tasse mit Kaffee. Du wusstest es? Sie konnte es nicht glauben. Und hast mir nichts gesagt, obwohl klar ist, dass ich morgen zu ihm fliegen wollte? Spätzchen, ich hatte keine Ahnung, wann er fort ist. Na toll, jetzt war es auch noch ihre Schuld. Millas Brust wurde noch enger und als sie weitersprach, zitterte ihre Stimme. Du und Paul, ihr denkt immer nur an euch. Hauptsache, ihr bekommt, was ihr wollt. Der Rest ist euch Schnuppe. Miller. Helens Ton war sanft. Dein Vater und ich haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Auch für uns ist diese Zeit nicht einfach. Das soll wohl ein Witz sein. Du hast Papa für einen anderen sitzen lassen. Hast du dich jemals gefragt, wie ich mich dabei fühle? Miller schrie jetzt beinahe. Und dann passierte das, was immer geschah, wenn sie sich mit ihrer Mutter stritt. Helen zog die Mitleidskarte. Ihre Augen wurden feucht und sie schluckte hart. Die Tränen waren echt, das wusste sie. Dennoch verfluchte sie ihre Mutter im Geiste, denn wenn sie sie so ansah wie in diesem Augenblick, fühlte sie sich schuldig. Und das machte sie noch viel wütender. Trotz der Tränen hatte sie das Bedürfnis, sie anzuschreien, bis sie ihr zuhörte. Doch ihre Heulattacken waren jedes Mal die ultimative Notbremse. Dagegen war sie machtlos. Wenn sie jetzt weitermachte, wäre sie das Biest und ihre Mutter das Unschuldslamm. Dabei war es genau umgekehrt. Nicht sie hatte alles kaputt gemacht, sondern Helen. Mit einem genervten Schnauben drehte sie sich um und wäre fast in Meck gerannt, der unbemerkt die Küche betreten hatte. Erschrocken schnappte sie nach Luft, dann sah sie, dass er nicht allein war. Ein Junge, den sie auf Anfang 20 schätzte, stand neben ihm. Er war mindestens einen Kopf größer als sie, mit dunklen Augen, die sie neugierig betrachteten. Sein Kinn war genauso kantig wie das von Meck, doch da endete die Ähnlichkeit auch schon. Er hatte zerzaustes, braunes Haar und dunkle Augen. Seine linke Braue zierte eine feine, weiße Narbe, die sie in der Mitte teilte. Er trug dunkelblaue Jeans und ein enges, schwarzes T-Shirt, das nichts der Fantasie überließ. Offensichtlich trainierte er regelmäßig, denn solche Muskeln bekam man nicht vom Schachspielen. Apropos Spielen, er trug eine Gitarre auf dem Rücken, deren Tragegurt sich über breite Schultern und einen ansehnlichen Waschbrettbauch spannte. Passend dazu hatte er einen Bizeps, der aussah, als würde er jeden Moment die Ärmel seines Shirts sprengen. Also ehrlich, brachte Meck seine Mitarbeiter jetzt schon mit nach Hause? Miller starrte erst ihn, dann Meck an. Letzterer räusperte sich. Helen, Miller, das ist Colin, mein Sohn. Ich habe ihn aus Schottland mitgebracht. Er wird eine Zeit lang bei uns leben. Millas Kinnlade fiel hinunter. Du hast einen Sohn? Als sie sich an ihre Mutter warnte, um zu sehen, wie sie diese Mitteilung aufnahm, war diese bereits bei ihm und umarmte ihn fest. Willkommen, Colin, ich freue mich so. Für einen Augenblick verschlug es ihr die Sprache. Du hast es gewusst? Ihre Mutter löste sich. Sie wirkte verwirrt. Natürlich. Und hast mir nichts davon gesagt? Mecks Blick wanderte von Helen zu ihr und wieder zurück. Offensichtlich war es Helens Job gewesen, Miller über den neuen Bruder in Kenntnis zu setzen. Ihre Wangen röteten sich pflichtschuldigst und sie biss sich auf die Lippe. Tut mir leid, Spätzchen. Ich wollte es dir sagen, aber meine Ausstellung ist in vier Wochen und ich hatte so viel um die Ohren. Und du gehst mir seit Wochen aus dem Weg. Warum wohl? Dann hast du wohl auch vergessen, mir zu sagen, dass Papa dieses Wochenende in Shanghai ist. Ihre Mutter rieb sich die Stirn und hinterließ dabei einen schmalen Streifen blauer Farbe. Es hätte niedlich ausgesehen, wäre Miller nicht so zornig gewesen. Ich glaub's nicht! Als Tränen ihre Augen füllten, machte sie auf dem Absatz Kehrt und drängte sich an Mac und Colin vorbei aus der Küche. Im Flur schnappte sie sich ihren Strickmantel und lief aus dem Haus. Zitternd vor Wut zog sie den dünnen Mantel fester um sich und stapfte zum Gut von Bauer Altenhoven, bei dem sie eine Box für Snow ihren Wallach gemietet hatte. Eigentlich gehörte er ihr nur halb. Snows andere Hälfte besaß eine Frau im Alter ihrer Mutter, die nicht mehr die Zeit hatte, ihn so regelmäßig zu bewegen, wie er es brauchte. Als sie noch in Spandau gelebt hatten, konnte Miller nicht so oft ausreiten wie jetzt, da ihr Pferd in Falkenhagen stand, einem Gut, das zu Brandenburg gehörte. Mit dem Auto ging es relativ schnell, aber zu Fuß war es eindeutig zu weit. Was bedeutete, dass ihre Mutter sie jedes Mal fahren musste. Dabei war sie mindestens so beschäftigt wie Paul. Also war es darauf hinausgelaufen, dass Millas Ausritte aufs Wochenende begrenzt waren. Dafür hatte ihr ein riesiges Ausreitgebiet zur Verfügung gestanden, im Gegensatz zu den mickrigen Möglichkeiten, die sich ihr in Köln weißboten. Nichtsdestotrotz hatte sie sich gleich nach dem Umzug auf die Suche nach einer neuen Reitbeteiligung gemacht. Zunächst hatte sie keinen Erfolg, allerdings nicht aus Mangel an Angeboten. Aber entweder verstand sie sich nicht mit dem Besitzer oder das Pferd war derart verritten, dass es sich Unarten angewöhnt hatte, denen sie sich nicht aussetzen wollte. Am Ende fand sie Snow. Oder besser gesagt, er hatte sie gefunden. Mit einem Sprung über den lästigen Zaun war er seiner Koppel entkommen, um auf der benachbarten Weide zu grasen. Während Miller im saftigen Klee lag, beobachtete sie, wie er die Halme um sie herum herausrupfte. Schließlich schnaubte er ihr empört ins Gesicht, weil sie in seinem Essen lag. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Snow war ein bildschöner Andalusier mit langer Mähne und gutmütigem Charakter. Seine Nähe beruhigte sie. So sehr, dass er schnell zu einer Konstante wurde. Ihrem Halt. Das Leben in Berlin war auch vor der Trennung ihrer Eltern nicht geordnet gewesen. Warmes Essen gab es nur, wenn sie es im Supermarkt kaufte und selbst zubereitete. Sie hatte sich um den Haushalt gekümmert, selbst um die Wäsche. Doch die vergangenen Monate waren das reinste Chaos gewesen, ein schwarzes Loch, das sie allmählich zu verschlingen drohte. Als sie in den Sandpfad einbog, scannte sie die Koppel nach einem grauen Riesen auf vier Hofen ab und stieß einen lauten Pfiff aus. Snows Ohren zuckten, dann stampfte er mit dem rechten Vorderhof auf und sah ihr erwartungsvoll entgegen. Ein weiterer Pfiff folgte und er setzte sich in Bewegung. Zunächst langsam, dann schneller, bis er schließlich zum Eingang der Weide galoppierte. Sie gab ihm einen Schmatzer auf den Nasenrücken. Er roch nach Minze und Gras. Er griff das Halfter, das am Tor an einem Holzpflock hing und führte ihn auf das kleine Gut. Dort angekommen, band sie ihn in der Stallgasse an. Danach suchte sie seine sieben Sachen zusammen. Ein paar Minuten später kratzte sie die Hufe aus und striegelte ihn, bis das hellgraue Fell glänzte. Die Tätigkeit half ihr, sich abzureagieren und ruhiger zu werden. Nachdem Mähne und Schweif ausgekämmt waren, gab sie Snow einen Apfel aus der Vorratskammer und sah zu, wie er ihn samt Gehäuse verspeiste. Anschließend legte sie das Zaumzeug an, führte ihn zu einem Baumstumpf, den sie als Stufe benutzte, und glitt auf seinen Rücken. Da Snows Sattel nicht mehr richtig auflag und ihm wehtat, verzichtete sie darauf. Er brauchte dringend einen neuen. Köln-Weiß besaß ein überschaubares Ausreitgebiet. Ein kleines Wäldchen am Rhein, Stoppelfelder, ein paar Trampelpfade. Nicht gerade üppig, aber besser als nichts. Das Ausreiten erdete sie und gab ihr gleichzeitig das Gefühl von Leichtigkeit. Etwas, das sie in ihrem Alltag nicht fand. Snow war für sie da. Ihn interessierte nicht, welche Klamotten sie trug. Er rümpfte auch nicht die Nase, wenn sie ohne Make-up erschien oder angesagte Serien nicht gesehen hatte. Hauptsache, sie war da und ritt mit ihm über die abgeernteten Felder, galoppierte durch die sandigen Rheinauen oder ließ ihn auf saftigen Wiesen grasen. Ihre gemeinsame Zeit war kostbar, darum sog sie jede Minute genussvoll auf und tankte Energie. Zu Hause würde sie das Bekannte durcheinander erwarten, darum zog sie den Ausritt so gut es ging in die Länge. Ihre Hände schlossen sich fester um die Zügel, während sie ihr Pferd zu einem Galopp im seichten Rheinufer antrieb. Es dauerte nicht lang, bis sich ihre verkrampften Muskeln lockerten und sie einen tiefen Atemzug nahm. Schon besser. Mit der Entspannung wurde ihr leichter ums Herz und sie ließ nicht nur Snow, sondern auch ihren Gedanken freien Lauf. Wie konnte ihre Mutter vergessen, ihr mitzuteilen, dass Meg einen Sohn hatte? Einen ziemlich großen Sohn, der zudem bei ihnen wohnen würde. Daneben verplasste sogar die Nummer mit ihrem Vater, der sie eiskalt abserviert hatte. Als sie auf Höhe des Triftweges ein kleines Wäldchen erreichte, zügelte sie den Wallach und fiel in einen leichten Trab. Schlimmer als jetzt konnte ihre Situation zu Hause nicht werden. Ihr Vater hatte sich für seine Karriere entschieden und ihre Mutter war abwechselnd von der Malerei oder Meck besetzt. Dann war da noch Nick, der coolste Junge ihrer Schule, der sie hartnäckig ignorierte. Als wäre das nicht schon der Hauptgewinn, stand nun auch noch Mecks Sohn auf der Matte, sodass nichts mehr für sie übrig blieb. Seine Anwesenheit bedeutete, dass Helens Aufmerksamkeit einmal mehr geteilt wurde. Wo blieb sie dabei? Warum musste sie ständig um Aufmerksamkeit kämpfen, um einen Platz in dieser Familie? Warum wurde sie immer übersehen? Tat sie nicht alles, um so wenig wie möglich anzuecken? Seit sie denken konnte, war sie angepasst und versuchte, sich nützlich zu machen. Seufzend bog sie auf den Reitweg ein, der in einen lichten Birkenwald führte und galoppierte wieder an. Der Geruch feuchter Erde schlug ihr entgegen. Aufgeregtes Vogelgezwitscher über ihr ließ sie den Blick heben. Sie schloss die Augen und wurde eins mit ihrer Umgebung. Sie verschmolz mit Snow, dem Boden unter seinen Hufen, den Bäumen, an denen sie vorüberrasten. Ein überwältigendes Gefühl der Verbundenheit überflutete sie. Frieden pur. Sie flogen eine gute Viertelstunde über das Laub, bis sie den Wallach zügelte und zurück zum Rheinufer lenkte. Dort trafte sie zum flach abfallenden Strand, der an dieser Stelle eine Kurve beschrieb. Auf der anderen Uferseite lag Porz. Wenn sie den Rhein abwärts reiten würde, wäre sie in 20 Minuten bei Emma in Marienburg. Ihre Freundin hatte es gut. Emmas Eltern waren seit 17 Jahren glücklich verheiratet. Ihr Vater vergötterte seine Töchter. Dafür mussten sie sich weder anstrengen noch gute Noten nach Hause bringen. Küchenarbeit kannte Emma nur dem Namen nach, denn wenn eines der Mädchen mit anfassen musste, sprangen die beiden jüngeren Schwestern ein, während M so wichtigen Tätigkeiten nachging, wie sich die Fußnägel zu lackieren, während sie stundenlang mit Milla oder Juliana telefonierte. Emma flog all das zu, wofür Milla so hart arbeiten musste. War das etwa fair? Vielleicht sollte sie aufhören, sich anzustrengen, denn offensichtlich kam sie damit nicht weiter. Unglücklicherweise hatte sie keinen Plan B zur Hand, doch genau den brauchte sie. Wenn sie in den letzten Wochen etwas gelernt hatte, dann, dass ihre Anpassungsstrategie für die Tonne war. Sie hatte sich so daran gewöhnt, um familiäre Aufmerksamkeit zu kämpfen, dass ihr das irgendwann vollkommen normal erschien. Zum Glück fiel ihr der Schulalltag leicht, etwas, das sie ihrer Freundin voraus hatte, denn der Unterricht war Emmas Achillesferse. Zum ersten Mal in ihrem Leben musste sie sich anstrengen und das ging ihr gewaltig gegen den Strich. Es fing schon mit der Sprache an. Die St. George's war eine internationale Schule, an der Englisch gesprochen wurde. Kein Problem für Milla, deren Vater zur Hälfte ihre war. Sie war damit aufgewachsen, dass er sich mit ihr in Englisch und ihre Mutter auf Deutsch unterhielt. Das änderte sich erst, als sie mit elf Jahren an die International School Amalienhof ging, einer Ganztagsschule in Berlin. Danach nahm ihr Vater immer mehr Auslandsaufträge an, sodass sie ihn nur selten zu Gesicht bekam und am Ende zu Hause ausschließlich Deutsch gesprochen wurde. Die St. George's war die rheinische Version des Amalienhofs und bedeutete für Milla keine große Umstellung. Für Emma dagegen war alles neu, vor allem die Sache mit der Sprache. Im Gegensatz zu Milla hatten ihre Eltern sie nicht bilingual erzogen, deswegen verbrachte sie die ersten Wochen auf der neuen Schule mit Englisch-Nachhilfe. Auf diesem Weg hatte sie Milla kennen und schätzen gelernt. Als Emmas Mutter während der Einstellungstest zu Ohren kam, wie fließend Millas Englisch war, bat sie diese, ihrer Tochter unter die Arme zu greifen. Die Abmachung war für beide Mädchen von Vorteil, da sie in der Stadt neu waren und keine Freunde hatten. Snows Schnauben riss sie aus ihren Gedanken. Ungeduldig stapfte er mit dem rechten Vorderhof auf. Dann wartete er in das flach abfallende Flussbett, um zu trinken. Sie lockerte die Zügel und strich ihm über die seidige Mähne. Ist gut, mein Großer, flüsterte sie und atmete den leichten Algengeruch ein. Da lag noch etwas in der Luft. Etwas Rauchiges, wie von einem Brand. Irgendwo musste jemand ein Lagerfeuer aus Treibholz entfacht haben, was hier in der Gegend oft vorkam. Nachbarn und Freunde trafen sich am Rheinufer, versenkten einen Kasten Kölsch im Fluss, grillten, redeten und ließen sich gut gehen. Ein bisschen beneidete sie diese Leute um ihre Leichtigkeit. Für andere schien alles so einfach zu sein, während sie das Gefühl hatte, dass ihr Leben mit jedem Tag unerträglicher wurde. Seufzend wendete sie das Pferd. Ja, dachte sie und nahm einen tiefen Atemzug. Sie sollte wirklich damit aufhören, es allen recht zu machen. In der Schule, zu Hause, überhaupt. Sollte dieser Colin an ihrer Stelle einkaufen gehen und kochen? Oder Mäck? Oder zur Abwechslung einmal hellen? Wozu gute Noten schreiben, wenn sich niemand für das Ergebnis interessierte? Sie hatten ja jetzt Mäcks Sohn. Plötzlich ging ihr auf, für wen der Kaffee war. Na toll, für ihn kochte Helen sogar ihren kostbaren Muntermacher. Eine Woge heißer Eifersucht fraß sich durch ihre Eingeweide. Snow stampfte abermals auf und wierte nervös. Miller tätschelte entschuldigend seinen Hals. Tut mir leid, sagte sie leise und führte ihn zurück ans Ufer. Er war der Letzte, an dem sie ihren Frust auslassen wollte. Wie sagte ihre Mutter immer? Der schnellste Weg zum Unglücklichsein ist zu vergleichen. Das bezog sich zwar meist auf ihre Bilder, aber es war auch eine passende Beschreibung für Millas Situation. Neid war keine Lösung. Streik womöglich schon. Bisher hatte sie sich um das häusliche Leben gekümmert, aber damit war jetzt Schluss. Sollten sie sehen, wie sie ohne ihre Hilfe klarkamen. Ab sofort würde sie sich nur noch um ihren eigenen Kram kümmern und den angeheirateten Teil der Familie links liegen lassen. Nicht, da sie Meg bisher viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Sie brauchte weder ihn noch diesen Colin. Im Grunde brauchte sie auch ihre Mutter nicht, solange sie sich mental abmeldete. Bei diesen Gedanken wurde ihr Hals eng, doch sie weigerte sich, den Schmerz zu fühlen. Sie legte ihn in die Ablage für später und überlegte sich die nächsten Schritte, während sie sich auf den Rückweg machte. Nachdem sie Snow versorgt und zurück auf die Weide gebracht hatte, war es 8 Uhr durch und es begann bereits zu dämmern. Einen Plan hatte sie noch nicht, eher eine grobe Skizze, wie sie weiter vorgehen würde. Erstmal würde der Wochenendeinkauf für morgen ausfallen. Wäsche waschen? Keine Chance. Staubsaugen? Kam nicht in Frage. Das Haus war ohnehin viel zu groß. Den Müll rausbringen? Dazu musste sich jemand anderes erbarmen. Ach ja, das hätte sie fast vergessen. Morgen stand in der dritten Stunde eine Bioprüfung an. Milla grinste. Nun ja, vielleicht hatte sie doch einen Plan. Sie befand sich bereits auf halbem Weg nach Hause, als sie eine Stimme in die Gegenwart zurückholte. Milena? Sie schreckte zusammen und sah sich um, bis ihr Blick an Colin hängen blieb, der sie eindringlich musterte. Was zum Henker machte er hier? Und warum sah er sie an, als hätte sie einen Unfall gehabt? Unwillkürlich berührte sie ihr Haar, dann blickte sie an sich hinab. Natürlich. Sie war ohne Reitsachen losgezogen, deswegen sah ihre Jeans aus, als hätte sie sich im Uferschlamm gewälzt. Außerdem war ihr langes Haar vom Reiten zerzaust. Weil Snow mit Vorliebe an ihrem Strickmantel knabberte, machte sie wahrscheinlich den Eindruck, als wäre sie auf der Flucht. Was genau genommen auch zutraf. Sie war ja geflohen, und zwar vor Mac und seinem blöden Sohn. Das musste ihr Glückstag sein. Warum sonst sollte sie ihn ausgerechnet hier treffen? Ein wenig verlegen, strich sie sich das Haar glatt. Was machst du hier? Die Frage war draußen, bevor sie sie aufhalten konnte. So viel zum Thema ignorieren. Sein Mundwinkel hob sich, als wäre ihm bewusst, dass er sie überrumpelt hatte. Deine Mutter hat sich Sorgen gemacht. Du bist aus dem Haus gerannt und warst stundenlang verschwunden. Mein Dad hat versucht, dich auf dem Handy zu erreichen, aber es war abgestellt. Darum habe ich mich auf die Suche gemacht. Er nahm an, dass du bei deinem Pferd bist. Er hatte einen leichten Akzent, sprach aber ansonsten perfektes Deutsch. Colin war eindeutig keine 16 mehr wie sie. Er musste zwei Jahre älter sein, vielleicht drei. Er hatte einen Bartschatten und wirkte erschöpft. Kein Wunder. Maxdorf lag irgendwo in der schottischen Pampa, sodass die Fahrt zum nächsten Flughafen mehrere Stunden dauerte. Um nach Köln zu kommen, musste man in Heathrow umsteigen, was bedeutete, dass er vermutlich den ganzen Tag unterwegs gewesen war. In jedem Fall musste er hundemüde sein. Milla biss die Zähne zusammen und stampfte auf ihn zu. Sie wollte kein Mitleid mit ihm haben. Entschlossen, schob sie sich an ihm vorbei und nahm ihren Weg wieder auf. Du solltest dich besser aufs Ohr hauen. Ich bin ein großes Mädchen und brauche niemanden, der mir hinterher schnüffelt. Colin schloss zu ihr auf und passte sich ihrem Tempo an. Mit einem Mal wirkte er munter und lächelte auf sie hinab. Ich hatte gerade nichts zu tun. Sie blieb abrupt stehen und burte den Zeigefinger in seine Brust. Das ist mein Ernst. Die letzten Wochen waren der reinste Horror. Was immer das hier werden soll, ich brauche das nicht. Kapiert? Aber dein Vater hat meine Familie gestohlen. Ich will sie zurück. Ich will mein altes Leben wiederhaben. Und solange du mir nicht dabei hilfst, hältst du dich besser von mir fern. Milena, ich und kein Mensch nennt mich Milena. Okay. Das mit dem links liegen lassen musste sie noch üben. Dennoch gefiel ihr die Tatsache, dass sie ihre Wut diesmal nicht geschluckt hatte. Zur Krönung ihres Auftritts machte sie auf dem Absatz kehrt und es wäre der perfekte Abgang gewesen, wäre sie nicht in ein Loch getreten, umgeknickt und gestolpert. Sie war auf dem besten Weg, sich der Länge nach hinzulegen. Hätte Colin sie nicht aufgefangen? Sachte Schwesterherz. Wenn es in der Geschichte der Menschheit je eine peinlichere Situation gegeben hatte, war sie Milena nicht bekannt. Sie kam sich wie ein Vollidiot vor und dass ihr Gesicht in diesem Augenblick knallrot anlief, machte es nicht besser. Diese Runde ging eindeutig an Colin, der es obendrein wagte sie Schwesterherz zu nennen. Schwesterherz. Sonst noch was? Das einzige, das ihr ramponiertes Image jetzt noch retten konnte, wäre ein sphinxartiges Schweigen, mit dem sie ihre Überlegenheit demonstrieren könnte. Oder besser vortäuschen, denn sie besaß keinen Funken Souveränität, von dem sie wüsste. Aber was hatte sie jetzt noch zu verlieren? Sie sah wie eine Vogelscheuche aus, noch dazu eine, die zu blöd war, gerade auszugehen. Bei ihrem Glück hatte sie wahrscheinlich Schlammspuren im Gesicht, die sie zusammen mit ihren Sommersprossen endgültig entstellten. Im Geiste verpasste sie sich eine Kopfnuss. Was interessierte es sie, wie sie aussah? Das hier war bloß Max' Sohn, eine Nervensäge mehr in dem Irrenhaus, das sie ihr Zuhause nannte. Und wenn sie wie Marge Simpson aussah, sie würde Colin ab sofort schneiden. Nach diesem mentalen Befehl fühlte sie sich gleich besser. Bis sie merkte, dass Colin sie an sich gezogen hatte, um sie zu stützen. Als hätte sie sich verbrannt, machte sie einen Satz zurück und keuchte auf, als der Schmerz sie durchzuckte. Sie wäre abermals gestürzt, doch Colin war erneut zur Stelle, um sie aufzufangen. Na toll. Ihr Morgen, der so viel versprechend begonnen hatte, lag in Trümmern auf diesem Trampelpfad. Sie brauchte niemanden, der sie demütigte. Den Job erledigte sie ganz allein. Außerdem stimmte irgendwas nicht mit ihrem Knöchel. Sie konnte nicht mehr richtig auftreten. Dieser Tag wurde besser und besser. Wenn er sie jetzt auch noch nach Hause tragen musste, würde sie sich die Kugel geben. Erfreulicherweise blieb ihr ein vorzeitiger Tod erspart. Collins Arm genügte, damit sie den Weg entlang humpeln konnte. Diesmal brachte sie aus Scham kein Wort heraus. Colin versuchte sie zu beruhigen und versicherte ihr, dass sie vermutlich nur eine leichte Stauchung hatte. Doch sie fühlte sich bis auf die Knochen blamiert und schwieg den ganzen Weg zurück. Kaum hatten sie das Haus erreicht, löste sie sich von ihm und hinkte die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Dort schlug sie die Tür zu und ließ sich aufs Bett fallen. Vorsichtig versuchte sie, den Schuh auszuziehen. Doch der Knöchel war angeschwollen. Jede Berührung tat höllisch weh. Der Schmerz trieb ihr Tränen in die Augen und sie konnte nicht verhindern, dass sie beim Versuch, den Schuh abzustreifen, aufschluchzte. Die Tür öffnete sich und Meg betrat das Zimmer, gefolgt von Colin, der ein Coldpad dabei hatte. Na toll. Musste dieser Mistkerl gleich zu seinem Daddy laufen und petzen? Apropos. Wo ist Mama? In diesem Moment war es ihr egal, dass sie sich wie eine Zehnjährige anhörte. Warum war ihre Mutter nie da, wenn sie sie brauchte? Im Atelier, sagte Meg in seiner effizienten Art, aus dem würde nie eine Plaudertasche werden. Auch gut. Je weniger er redete, desto besser. Das mit dem Ignorieren würde bei ihm ein Kinderspiel werden. Meg hockte sich vor sie und nickte zu dem ausgestreckten Bein. Ist es das? Sie nickte knapp, weinte sich an Colin und warf ihm einen giftigen Blick zu. Er beugte sich zu ihr. Tut mir leid, Schwesterherz, flüsterte er. Ich hätte es ihm nicht gesagt, aber im Gegensatz zu mir kann er feststellen, ob etwas gebrochen ist. Sie zog eine Schnute. Oder wär's dir lieber, wenn ich dich zum Arzt gefahren hätte? Als sie ihm darauf einen entsetzten Blick zuwarf, lächelte er. Dachte ich mir. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Unterbrach Meg die beiden. Er hatte den Schnürsenkel herausgezogen und den Schuh ein wenig gelockert. Nun sah er Miller fragend an, die ihm zögernd zunickte. Sie biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien, schnappte dann, jedoch überrascht nach Luft, als Colin ihre Hand ergriff und leicht drückte. Meg nutzte die kurze Ablenkung und zog den Schuh mit einem Ruck vom Fuß. Die Socke folgte. Dann spürte sie seine kühlen Finger, die behutsam den Knöchel abtasteten. Dabei ging er so kundig vor, dass sie sicher war, dass er das heute nicht zum ersten Mal tat. Als er fertig war, nahm er Colin das Coldpad ab und drückte es vorsichtig auf den pochenden Knöchel. Kühl in die nächsten zwei Stunden. Ich bring dir später ein frisches Pad und etwas, das die Schwellung zurückgehen lässt. Er warf einen Blick auf seinen Sohn. Du legst dich besser hin, du bist seit 18 Stunden auf den Beinen. Genau wie du, Dad, sagte Colin, doch er tat, wie ihm geheißen. Noch einmal drückte er Millas Hand und stand auf. Ich bin das gewohnt, bemerkte Meg und schenkte seinem Sohn eines seiner seltenen Lächeln. Nachdem Meg und Colin ihr Zimmer verlassen hatten, machte sie sich auf dem Bett bequem, das kühlende Pad fest gegen den Knöchel gedrückt. Sie wünschte, sie könnte diesen elenden Tag ausradieren. Wäre er eine Episode in ihrem Tagebuch, hätte sie die Seite rausgerissen. Wer möchte schon freiwillig an einen der peinlichsten Momente seines Lebens erinnert werden? Alles hatte mit Nick angefangen, der sie heute Morgen in der Cafeteria übersehen hat. Schon wieder. Normalerweise schätzte sie es, dass die Leute sie in Ruhe ließen. Wobei schätzen vermutlich das falsche Wort war. Für gewöhnlich hielt sie sich bewusst im Hintergrund und tauchte in der Menge unter. Sie wollte nicht auffallen. Seit sie auf die St. George's ging, lag die Sache allerdings anders, als sie Nick zum ersten Mal begegnet war, um präzise zu sein. Er sollte sie sehen, doch es war, als würden sie auf verschiedenen Planeten leben. Dabei gingen sie in die gleiche Stufe. Doch Nicks Verhalten ging über das allgemeine Missachten hinaus. Die Art, wie er sie nicht sah, sorgte dafür, dass sie sich in seiner Gegenwart wie ein Kaugummifleck fühlte. War sie wirklich so ein Niemand? Oder warum war es für jemanden wenig zu viel verlangt, sie wenigstens eines Blickes zu würdigen? Woran lag es überhaupt, dass sie in seiner exklusiven Welt nicht existierte? Zugegeben, sie hatte Sommersprossen und bekam überhaupt keine Sonnenbräune. Dazu ihr kastanienbraunes Haar, das glatt war und, nun ja, eben langweilig. Aber war das Grund genug, dass er sie dauernd übersah? Warum konnte sie nicht ein bisschen mehr wie Emma sein? Witzig, bissig und schlagfertig. Die Zimmertür öffnete sich abermals und unterbrach ihre Überlegungen. Klopfte hier eigentlich niemand an? Es war Meck. Er balancierte ein Tablett, das er auf der fliederfarbenen Tagesdecke abstellte. Ich habe dir etwas zu essen gebracht, sagte er überflüssigerweise. Dann zog er ein braunes Fläschchen aus der Hosentasche, setzte sich ans Bettende und beträufelte ihren Knöchel mit einer transparenten Flüssigkeit. Es fühlte sich kühl an, darum zuckte sie ein wenig zusammen. Was ist das? Ein kleines Wundermittel gegen Prellungen. Ich habe es Colin gegeben, als er noch Eishockey gespielt hat. Das war, bevor er mit seiner Musik angefangen hat. Damals kam er mit so vielen blauen Flecken nach Hause, dass er manchmal wie ein Leopard aussah. So sehr sie sich auch bemühte, sie konnte sich Colin weder in Schlittschuhen noch auf einer Gitarre klimpernd vorstellen. Dennoch musste sie bei dem Versuch lächeln. Ich habe dem Mannschaftsarzt die Tinktur gegeben, damit er die Jungs in Zukunft sofort behandeln kann. Er verrieb die Lösung großflächig und gab noch ein paar Extratropfen dazu. Und? Meg schmunzelte. Zum nächsten Spiel hatte er das Zeug literweise vorrätig. Naja, zuerst war er misstrauisch, dachte, es wäre eine mit Drogen versetzte Sauerei. Wieso das denn? Meg machte ein Geräusch, das als Schnauben durchgehen konnte. Ihm war zu Ohren gekommen, dass ich für die SAS arbeite. SAS? Was sollte das denn sein? Special Air Service, murmelte er, als würde ihr das etwas sagen. Ich dachte, du hast für den Nachrichtendienst gearbeitet. Darauf grummelte Meg etwas, das sie nicht verstand. Was ist das nun für ein Zeug? Das ist Kalendula Urtinktur, die reinste Homöopathie. Darauf kräuselte sie die Stirn. Du wusstest, dass er dir nicht traut, oder? Selbstverständlich. Und wie kam es, dass er das Mittel trotzdem eingesetzt hat? Er ist Apotheker und hat's analysieren lassen. Milla biss sich auf die Lippe, um ein Lachen zu unterdrücken. Fasziniert, beobachtete sie Meg, der einen lockeren Verband um den Fuß wickelte. Das war das längste Gespräch, das sie bisher geführt hatten. Vielleicht sollte sie die Situation nutzen und ihn ein wenig aus der Reserve locken. Mit ein bisschen Glück würde sie etwas herausfinden, das sie gegen ihn verwenden konnte. Macht es dir nichts aus, wenn man dir nicht traut? Meg sah auf und wie immer traf sie der Blick seiner stahlgrauen Augen irgendwo in der Magengegend. Mann konnte der finstert reinschauen. Die Menschen, die mich kennen, vertrauen mir. Was die anderen über mich denken, interessiert mich nicht. Als wäre damit alles klar, klebte er ein Fixierpflaster auf das lose Ende des Verbands und erhob sich. Morgen sollte es besser sein. Falls nicht, gehen wir zum Arzt. Er nickte zum Tablett. Iss etwas und geh dann schlafen. Die Ruhe wird dir guttun. Miller hob fragend die Brauen. Ruhe, sie war mit dem Fuß umgeknickt, kein Pflegefall. Du schreibst morgen eine Biologieprüfung, oder? Also ehrlich, er kam gerade von seinem schottischen Hügel. Woher zum Henker wusste er das? Doch als sie den Mund öffnete, um ihn danach zu fragen, befand er sich bereits auf dem Flur und zog die Tür hinter sich zu. War ja klar, gerade als sie ihn ein kleines bisschen nett fand, kam er ihr so. Schnüffelte er ihr hinterher, oder was? Vorsichtig beugte sie sich vor und zog das Tablett auf den Schoß. Kartoffelsalat mit Würstchen, beides noch warm. Yummy. Während sie über das Essen herfiel, dachte sie über Mac nach. Anfangs hatte ihr seine direkte Art Angst gemacht. Als sie nach einigen Wochen feststellte, dass von ihm keine Gefahr ausging, entspannte sie sich ein wenig in seiner Gegenwart. Was sie von ihm halten sollte, wusste sie noch immer nicht. Meistens ließ er sie in Ruhe, was sie als Desinteresse wertete, etwas, das sie bereits von ihren Eltern kannte. Dennoch überraschte er sie immer wieder. Zum Beispiel, als er ihretwegen im Apple Store shoppen war, nachdem ihrem vorsinnflutlichen Notebook die Lichter ausgegangen waren. Damals hatte sie das als plumpen Bestechungsversuch gewertet, damit sie Helen nicht länger bestürmte, ihn nicht zu heiraten. Als ob ihre Mutter auf sie hören würde. Andererseits konnte er das ja nicht wissen. In Momenten wie diesen, wenn er sich ganz unvermutet auf seine eigene spartanische Art fürsorglich verhielt, bildeten sich Haarrisse in ihrer Abwehr. Das mit dem Verbinden und ihr danach Essen zu bringen, hätte er nicht tun müssen, oder? Außerdem hatte er ihr nach dem Streit mit ihrer Ma Colin hinterher geschickt. Auf die Idee wäre ihre Mutter nie gekommen. Auseinandersetzungen dieser Art hakte diese als pubertär ab und das war's dann. Meg dagegen hatte ihr Raum und Zeit gegeben, sich abzuregen und anschließend seinen Sohn gebeten nach ihr zu sehen. Und das, obwohl er von der langen Reise erschöpft sein musste. Milla gefiel nicht, wohin sie diese Gedanken trugen, als sich die Tür ein weiteres Mal öffnete und Colin eintrat, der offensichtlich gerade geduscht hatte. Sein Haar war noch feucht und er roch nach einer Mischung aus Kaffee und Vanille. Karamell Macchiato, lecker. Schon mal von Anklopfen gehört? Nicht in letzter Zeit. Er kratzte sich den Nacken und wirkte fast ein bisschen verlegen. Wie geht's deinem Knöchel? Machst du Witze? Und für den Fall, dass er das vergessen haben sollte, fügte sie hinzu, das wäre nie passiert, wenn du nicht plötzlich aus dem Gebüsch gesprungen wärst. Colin hob eine Augenbraue, was ziemlich cool aussah, auch wenn sie das ihm gegenüber nie zugeben würde. Sie konnte immer nur beide Brauen gleichzeitig heben, aber jede für sich keine Chance. Aus dem Gebüsch gesprungen? Hättest du mich in Ruhe gelassen, wär ich nicht umgeknickt. Superlogik. Wärst du netter zu mir gewesen, hättest du nicht an Bodenhaftung verloren. Während er das sagte, blitzte etwas in seinen Augen auf, das sie nicht anders als Belustigung bezeichnen konnte. Na toll, jetzt amüsierte sich dieser Blödmann auch noch auf ihre Kosten. Das Miststück in ihr hätte ihm gern eine Gemeinheit an den Kopf geworfen, doch für einen Tag hatte sie sich genug blamiert. Wenn es einen Preis im Lächerlichmachen gab, hatte sie sich heute für die Meisterschaft qualifiziert. Also begnügte sie sich damit, zu schweigen und ihm giftige Blicke zuzuwerfen. Warum magst du mich eigentlich nicht? fragte er unvermittelt. Meine Freunde behaupten, dass ich im Grunde gar nicht so übel bin. War das ein Augenzwinkern? Ich, ähm, stammelte sie wie ein Vollidiot. Aber die sind vermutlich voreingenommen, fügte er hinzu und lächelte, was ihm gut stand. Defensiv kreuzte sie die Arme vor der Brust. Äh, also, bestimmt bist du das und so, aber ich, ja, ich, also, Hirn an Mund, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Sie biss sich auf die Innenseite ihrer Wange und atmete tief durch. Das ist kompletter Blödsinn. Wie, ähm, kommst du überhaupt darauf? Wieder hob er vielsagend eine Braue. Angeber, wenn sie lange genug übte, würde sie das bestimmt auch hinbekommen. Sobald er die Kurve gekratzt hatte, würde sie es vor dem Spiegel versuchen. Ich gehöre jetzt zur Familie, also sei ein bisschen entgegenkommender. Dein Vater hat sich mit dieser Heirat keinen Gefallen getan, das wirst du bald feststellen. Meine Mutter lebt die meiste Zeit auf dem Mars und ich bin... Ja? Ich hab kein Interesse an einer neuen Familie, kapiert? Ich hab nämlich schon eine und die ist toll. Anscheinend nicht für jeden, sonst hätte sich deine Mutter nicht getrennt. Das verstehst du nicht. Offensichtlich. Sie nickte zur Tür. Hast du nicht noch was Dringendes zu erledigen? Colin schnippte mit den Fingern. Das hätte ich fast vergessen. Ich wollte dich morgen zur Schule fahren. Auf dem Weg dahin kannst du mir erklären, wo ich alles finde. Ich bin gewissermaßen neu in der Stadt. Darfst du hier überhaupt fahren? Na klar, obwohl das mit dem Rechtsfahren eine echte Herausforderung ist. Du hast doch gehört, was dein Dad gesagt hat. Du sollst dich ausruhen und ich muss morgen vor 8 Uhr los. Ist das ein Nein? Sie schnaubte, worauf Colin leise seufzte. Okay, du hast recht. Ich bin eher der Langschläfertyp. Aber am Wochenende könntest du mir die Stadt zeigen. Er beugte sich zu ihr herab. Ich bestehe darauf. Als ob sie sich hier auskennen würde. Die plötzliche Nähe verwirrte sie. Er roch so gut und das kam nicht vom Shampoo. Das war er. Seine Haut und das zerzauste Haar. Während er auf ihr Einverständnis wartete, lagen seine dunklen Augen wie eine Frage auf ihr, die sie verwirrte. Sie schluckte geräuschvoll und antwortete mit einem Nicken, da sie ihrer Stimme nicht traute. Ein Lächeln stahl sich in seine Züge, dessen Charme sie sich nur mit Mühe entziehen konnte. Wie machte er das? Dann bis morgen, Melena, raunte er, sodass sich die feinen Härchen ihrer Arme aufstellten. Bei dem Geräusch der leise ins Schloss fallenden Tür zuckte sie zusammen, als hätte er sie zugeschlagen. Na toll, jetzt hatte sie auch noch einen Woman-Nicer in der Familie. Meg sollte recht behalten. Am nächsten Morgen war die Schwellung verschwunden und der Knöchel tat kaum noch weh. Endlich mal ein Glückstreffer, dachte Mela, als sie in die Dusche stieg. Zum Frühstücken blieb keine Zeit, wenn sie nicht zu spät zum Unterricht kommen wollte. Da es ein warmer Septembermorgen war, hatte sie sich für einen hellgrauen Rock und ein kurzärmeliges lichtblaues Hemd entschieden. Die Schuluniform ließ ihnen nicht viele Freiheiten. Grauer Rock, graues Kleid oder graue Hose. Schwere Entscheidung. Obwohl die Mädchen an ihrer Schule keine Gelegenheit ausließen, sich über den Einheitslook zu beklagen, liebte sie die Uniform. Sie ermöglichte ihr, in der gleichförmigen Masse aus Grau und Blau unterzutauchen, was ihr ein beruhigendes Gefühl vermittelte. Dass sie dieses Gefühl brauchte, war nicht immer so gewesen. Auf der Suche nach den Schuhen hopste sie auf einem Bein durchs Zimmer. Als sie endlich passende Ballerinas gefunden hatte, nur schwarze Schuhe waren erlaubt, schnappte sie sich ihre Tasche, rannte die Treppe hinunter und riss die Haustür auf. Emma stand davor. Ihr Finger schwebte über der Klingel. Sie grinste. Hi, Schlafnase! Hey, was machst du denn hier? Meine Mutter hatte in Rodenkirchen zu tun, darum habe ich sie bearbeitet, damit sie dich aufgabelt. Mit diesen Worten sprang sie zum Wagen, öffnete die Beifahrertür des wuchtigen Mercedes-BLK und kletterte hinein. Milla nahm auf dem Rücksitzplatz. Morgen, begrüßte sie Emmas Mutter. Danke fürs Mitnehmen. Guten Morgen, Milla. Hast du alles? Hm? Kaum hatten sie sich in Bewegung gesetzt, bestürmte Emma sie mit Fragen. Ob sie bereits die Koffer gepackt hätte und ob sie schon wusste, was sie in Berlin unternehmen würden. Oh Mist, bei dem ganzen Durcheinander gestern hatte sie ihren treulosen Vater beinahe vergessen. Ich fliege nicht, sagte sie leise und blickte aus dem Seitenfenster. Emma stöhnte. Nee, na? Jetzt sag nicht, dass er dich abserviert hat. Hat er. Der hat ja wohl ne Vollmeise. Emma Leonie, sagte ihre Mutter warnend. Aber wenn es doch so ist. Sie drehte sich in ihrem Sitz. Was hat er denn für eine Ausrede? Shanghai, brummte Miller. Cool, rief Emma, besand sich jedoch und fügte leiser hinzu. Deswegen ist er aber trotzdem ein Mistsack. Ich habe das gehört, bemerkte ihre Mutter in strengem Ton. Aber Mama, sie haben sich seit Wochen nicht gesehen, das ist total daneben. Er hat eben viel zu tun, entgegnete ihre Mutter und warf Miller im Rückspiegel einen mitfühlenden Blick zu. Frustriert sah sie wieder aus dem Fenster. Sie brauchte kein Mitleid. Sie brauchte ihren Vater. Plötzlich klatschte Emma in die Hände. Ich habe die Idee, wie wir dich aufheitern können. Sie warnte sich an ihre Mutter. Kann Miller dieses Wochenende bei uns übernachten? Ach Emma, du weißt doch, dass dein Vater und ich nicht da sein werden. Außerdem sollst du auf deine Schwestern aufpassen. Aber zusammen mit Miller kann ich sie viel besser im Auge behalten. Komm schon, du weißt, dass das stimmt. M hatte die Gabe, ihren Willen durchzusetzen, zu einer Kunstform gebracht. Während ihre Mutter guten Argumenten gegenüber offen war, konnte sie sich bei ihrem Vater einschmeicheln. Manchmal spielte sie beide geschickt gegeneinander aus, was diese oft nicht einmal bemerkten. Da Miller nach den Einstiegstests zu den besten Schülern ihrer Stufe gehörte, wurde ihr automatisch unterstellt, sie wäre ein verantwortungsvolles Mädchen. Wenn die wüssten. Ihre Zeiten als pflichtbewusster Teenager waren vorbei. Helen würde sich noch wundern und alle anderen auch. Wenn Millas Eltern, sie verbesserte sich rasch und sah wieder in den Rückspiegel, wenn deine Mutter einverstanden ist, kannst du gern bei uns übernachten. Ihr werdet aber unter euch sein. Ich hefte etwas Bargeld an den Kühlschrank, damit ihr Pizza bestellen könnt oder was auch immer ihr essen wollt. Miller nickte. Klingt super. Als sie auf den Schulparkplatz rollten, blieben ihnen 15 Minuten, bis die erste Stunde begann. Die Zeit reichte gerade so, dass Miller ihre Freundin auf den neuesten Stand bringen konnte. Die E-Mail ihres Vaters, der ungebetene neue Hausgast und die Episode mit dem Knöchel. Emma gab an den entsprechenden Stellen genau die richtigen Kommentare ab. Sie wusste eben, was sie brauchte. Ein bisschen Verachtung, eine Prise Anteilnahme und eine gute Dosis Empörung. Ihr Mitgefühl zeigte Wirkung. Als es zur ersten Stunde läutete, fühlte Miller sich tatsächlich besser. Verstanden und ein wenig getröstet. Etwas, das ihre Eltern nie auf die Reihe bekamen. Gut, dass sie Emma hatte. Zugegeben, manchmal konnte einem ihre Oberflächlichkeit auf den Zeiger gehen, aber wenn es darauf ankam, war sie da und hörte zu. Das war mehr, als sie von ihrer Mutter behaupten konnte. Innerlich seufzte sie. Also schön. M war meistens eine echte Nervensäge, die ihre Zeit damit verbrachte, über Mode und Make-up zu reden. Gerüchten zufolge war sie sogar davon besessen. Aber in der letzten Viertelstunde hatte sie zugehört, auch wenn sie auf dem Weg zum Klassenzimmer zu ihrem Lieblingsthema umschwenkte. Die Zehn Gebote der Heiligen Bibel. Also die Top 10 Tipps der aktuellen Vogue zur Herbstkollektion. Anscheinend gab es dabei wichtige Details zu beachten. Zum Beispiel, welcher Lipgloss völlig out war und welcher Eyeshadow das totale Must-Have. Was übersetzt hieß, dass Emma am Wochenende shoppen wollte. Hatte sie ein Glück. Die erste Stunde Mathematik verging wie im Flug. Mathe war einfach, denn hier gab es klare Regeln, die nicht nach Lust und Laune verändert werden konnten. Eine Gleichung war eine Gleichung und es gab logische Methoden, sie zu lösen. Diese Methoden galten gestern, heute und sie würden auch morgen noch gültig sein. Dieser Gedanke hatte etwas Tröstliches. Eine Insel der Beständigkeit in einem Leben voller Veränderungen. Im Anschluss darauf folgte englische Literatur, danach Biologie. Genauer gesagt die Bioprüfung. Sie überflog die Fragen. Ein Kinderspiel, dachte sie und kaute auf dem Ende ihres Gelpens. Andererseits war es notwendig, ihre Eltern aus deren Trance zu rückeln. Am besten mit einem Paukenschlag, das würde ihr eine Menge Zeit sparen. Seufzend schloss sie die Augen und schluckte einen Kloß hinunter. Sie hatte noch nie eine Prüfung versemmelt, schon gar nicht absichtlich. Das war schwerer, als sie angenommen hatte, aber das hier war wichtig. Zögernd setzte sie die Stiftspitze an. Dann zuckte sie innerlich mit den Schultern. Drastische Situationen erfordern drastische Maßnahmen. Noch einmal tief durchgeatmet, dann begann sie ihr Werk. Sie traf Emma in der Cafeteria, nachdem sie die Prüfungsbögen vor allen anderen abgegeben hatte. Nicht, dass das etwas Besonderes gewesen wäre. Entsprechend unbeeindruckt hatte Herr Roth die Papiere mit einem knappen Nicken entgegengenommen. Sie war schon an der Tür, als er ein alarmierendes Röcheln von sich gab, das verdächtig nach ihrem Namen klang. Statt dem Ruf zu folgen, unterdrückte sie ein Grinsen und tat so, als hätte sie ihn nicht gehört. Was nicht besonders glaubwürdig war, denn als er das zweite Mal nach ihr rief, schrie er fast. Was war denn los? begrüßte Emma sie und reihte sich neben sie in die Schlange vor der Essensausgabe ein. Milla hob die Schultern. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er wieder mal seine fünf Minuten bekommen. Kann sein, aber normalerweise frisst er dir aus der Hand. Emma schnappte sich einen Apfel und legte ihn auf das Tablett. Sein Kopf ist so rot angelaufen, dass ich dachte, er würde jeden Moment explodieren. Ich hoffe, du hast keinen Mist gebaut. Wird mir nicht im Traum einfallen, murmelte Milla und nahm sich ein Glas Orangensaft. Im selben Moment rempelte sie jemand an, als er sich vor sie in die Warteschlange quetschte. Sie stolperte zurück und goss sich den Saft über die Bluse. Entsetzt starrte sie den Troll an, der ihr Malheur nicht einmal bemerkt hatte. Als sie ihn erkannte, weiteten sich ihre Augen. Lässig nahm er sein Mittagessen entgegen, schlenderte ins Freie und setzte sich zu seinen Freunden in die milde Septembersonne. Milla blickte ihm hinterher, zu erschüttert, um sich zu rühren. Das war Nick. Ihr Nick. Und wie immer hatte er sie nicht gesehen. Was hatte sie verbrochen, dass ihr Leben eine Aneinanderreihung unangenehmer Ereignisse war? Jetzt musste sie den Rest des Schultags mit einem leuchtend orangefarbenen Klecks auf der Bluse leben. Sie sah aus, als käme sie gerade vom Paintball. Und was, wenn er sie nachher doch ansah und sich für den Rest seines Lebens an Milla mit dem Fleck erinnern würde? Emmas Fluch holte sie in die Gegenwart zurück. Mit einer Handvoll Servietten tupfte sie die Bluse trocken. Dieser Vollidiot, schnauzte sie. Und dann haut er auch noch ab. Das ist die reinste Fahrerflucht. Nicht so laut, zischte Milla. Hast du nicht gesehen, wer das war? Wen interessiert's? Das war Nick. Na dann ist ja alles in Ordnung, oder was? Mach nicht so ein Gewese deswegen. Presste sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und griff sich ihr Mittagessen, das verdächtig nach Pressspan aussah. Und auch so roch. Sie setzten sich nach draußen in den Schatten, etwas abseits von Nicks Gruppe. Hast du ein Ersatzhemd dabei? fragte Emma wenig hoffnungsvoll. Milla schüttelte den Kopf. Was soll's, sind ja nur noch, äh, vier Stunden, stöhnte Milla. Kann mir mal einer von euch Nieten verraten, warum ihr hier im Schatten hockt? Das kam von Juliana Schwarz, einer kleinen, blonden Elfe, die zu ihrer Clique gehörte. Nun ja, zu Emmas Clique, doch dank M's Beliebtheit gehörte Milla irgendwie dazu. Zumindest dürfte sie mit am Tisch sitzen. Für gewöhnlich war sie von Julianas Nähe eingeschüchtert, da sie sich in ihrer Gegenwart wie ein Trampel vorkam. Neben ihr sah so ziemlich jeder wie einer aus. Mit ihrer hellen Haut und dem weiß-blonden Haar hatte sie etwas Ätherisches an sich, als wäre sie nicht von dieser Welt. Das und ihre Zierlichkeit waren auch der Grund für ihren Spitznamen. Fee, denn genau so sah sie aus. Milla wäre nicht überrascht, wenn sie eines Tages ein glitzerndes Parlibellenflügel auf Julianas Rücken entdecken würde. Mit ihrem Aussehen hätte man annehmen können, dass Fee ein arrogantes Biest ist. Nun ja, sie war ein arrogantes Biest, allerdings nur zu Leuten, die sie nicht mochte. Was über den Daumen gepeilt 99% der Schülerschaft ausmachte. Ihren Freunden gegenüber war sie jedoch ein loyales Biest, das niemanden ernst nahm, es sei denn, er trug die richtigen Schuhe. Andere modische Themen blieben den Mädchen dank der Uniform auch nicht, was ein kleines Wunder war, wenn man bedachte, dass ihnen selbst die Strumpflänge vorgeschrieben wurde. Als sie sich leicht wie ein Schmetterling auf die gegenüberliegende Bank niederließ, fiel ihr Blick auf Millas bekleckertes Hemd. Normalerweise sieht man dir nicht an, dass du erst seit einer Generation nicht mehr aus Trögen futterst, bemerkte sie spitz und stellte das Tablett ab. Klappe, motzte Emma. Miller konnte spüren, wie sie unter dem Tisch nach Fee trat. Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sag mal, hast du nicht immer ein Ersatzhemd dabei? Besser gesagt, eine ganze Kollektion. Juliana nickte. Komm, bloß nicht auf die Idee, mich danach zu fragen. Du kriegst keins. Also ehrlich, beschwerte sich Emma. Wir sind deine Freunde. Erinnere mich nicht daran. Juliana zückte ihr Handy, als eine Nachricht mit dem typischen WhatsApp-Signalton einging. Sie lächelte und tippte auf der Mini-Tastatur des Blackberries, bis sie Millas hypnotisierten Blick bemerkte und aufsah. Stirnrunzelnd wandte sie sich in die gleiche Richtung und seufzte. Echt jetzt, Milla, was willst du von dem? Der ist viel zu sehr in sich selbst verknallt. Da ist kein Platz für jemand anderen. Diesmal hielt Emma ihr Lachen nicht zurück. Milla dagegen warf Fee einen giftigen Blick zu. Das war wirklich nicht ihre Woche gewesen. Dass ihr Vater sie nicht sehen wollte, war eine Sache. Sie konnte sogar noch ertragen, dass Max Sohn wie die Pest über ihre Familie gekommen war. Dafür würde sie eine Lösung finden. Später, nicht jetzt. Aber sich nun auch noch von einer überirdischen Schönheit all ihre Hoffnungen zunichte machen zu lassen, während sie selbst wie ein Trüffelschwein aussah, war mehr als sie ertragen konnte. Denn obwohl sie es vorzog, unsichtbar zu sein, machte es keinen Spaß, von dem einzigen Jungen, der die ganze Welt für sie bedeutete, erst mit Saft begossen und danach stehen gelassen zu werden. Kannst du deine Glückskeks Weisheiten woanders verbreiten? Platzte es aus ihr heraus. Überrascht von ihrer eigenen Schlagfertigkeit biss sie sich auf die Unterlippe. Da war es. Endlich eine coole Antwort. Das war die neue Milla. Gleichzeitig konnte sie nicht fassen, dass es funktionierte. Das war ihr neues Ich. Also ohne den O-Saft-Fleck und die ganze Blamage und so. Aber sie befand sich auf dem richtigen Weg. Keine Frage. Woanders will mir aber niemand mein Hemd vom Leib reißen. Oder hast du es dir anders überlegt? Gab Fee zurück, den Blick wieder auf das Smartphone geheftet. Emma verdrehte genervt die Augen. Mach hier nicht auf St. Martin. Du würdest ihr das Hemd nicht geben, wenn sie nackt wäre. Also lass sie in Ruhe. Miller unterdrückte ein Grinsen, denn das hätte ihre Überlegenheit wieder zunichte gemacht. Emma war einfach die Beste. Wenn du nackt wärst sicher nicht, konterte Fee ohne den Blick vom Display zu nehmen. Wie könnte ich Sven enttäuschen? Miller stutzte. Wie war das? Aber dieser grässliche Fleck beleidigt mein Auge, fuhr sie fort und gab ihr einfach so die Kombination zu ihrem Schließfach. Miller unterdrückte einen Freudenschrei und sprang auf. Besser sie schnappte sich das Hemd, bevor Juliana es sich anders überlegen konnte. Als sie sich zum Gehen wandte, stieß sie mit jemandem zusammen. Echt jetzt? Es war Nick und obwohl er auf sie hinab blickte, sah er sie nicht an. Seine blauen Augen ruhten auf der mit O-Saft bekleckerten Stelle. Am von ihr und sie sah aus, als hätte sie zusammen mit Scooby-Doo den Napf geleert. Während sie wie ein begossener Pudel dastand, wanderte Nicks Blick zu Juliana. Hey Fee, sagte er mit schleppender Schlafzimmerstimme. Hast du nächstes Wochenende schon was vor? Vielleicht, gab Juliana zurück, deren Finger über die Tastatur flogen. Dass sie nicht aufsah, kam unendlich souverän rüber, fand Miller und beobachtete die Meisterin bei der Arbeit. Möglicherweise musste man Nick ebenfalls ignorieren, um seine Aufmerksamkeit zu ergattern. Aber wie zum Henker sollte sie das hinbekommen? In seiner Nähe konnte sie nicht anders, als ihn anzustarren, als wäre er ein Gott. Und in diesem Moment war sie ihm so nahe. Ihr Herz machte ein Salto rückwärts, als sie Nicks Duft einsog. Oh Mann, er roch gut, nach Bulgari Aqua und Leder. Am liebsten hätte sie gesäufzt. Ich werfe nächste Woche Samstag ne Party, 8 Uhr, Germanicus Straße 3. Er setzte sich neben Juliana auf die Bank und strich ihr eine silbrige Strähne aus der Stirn. Bei diesem Anblick verknotete sich Millas Magen. Juliana würde niemals ihre Freundin werden, das war mal klar. Wahrscheinlich hatte sie heimlich ein Foto von ihrem Klecker Look geknipst und stellte es gerade auf Facebook ein. Das wird lässig. Meine Alten sind nicht da, wir haben das Haus für uns. Dann kannst du mal sehen, wie man für gute Stimmung sorgt. Ich überleg's mir, sagte Juliana nagelangweilt und stand auf, wobei sie seine Hand abschüttelte, die auf ihrer Schulterrute. Ihr Blick suchte Milla, die noch immer wie vom Donner gerührt dastand. Fee ergriff ihre Hand, zog sie Richtung Cafeteria. Wir wollten doch noch was erledigen, flüsterte sie. Schon vergessen? Also schön, vielleicht würde sie doch ihre Freundin werden. Sag mir bis Montag Bescheid, rief Nick ihnen hinterher. Die Gästeliste ist handverlesen, ich lade schließlich nicht jeden ein. Möglicherweise auch nicht. Plötzlich kämpfte sie gegen Tränen. Sie kam sich wie der letzte Oger vor, was durch Julianas Elfenhaft der Erscheinung noch verstärkt wurde. Schnell befreite sie ihre Hand und wandte sich Richtung Toilette. Sie wollte allein sein. Doch Juliana ließ sie nicht entkommen. Dafür, dass sie so fragil wirkte, verfügte sie über erstaunliche Kräfte. Entschlossen schob sie Milla durch die Pausenhalle in den Gang, in dem sich die Schließfächer befanden. Milla ließ es einfach geschehen. Was stimmte nicht mit ihr? Wieso war es so einfach für Nic, sie zu übersehen und warum zum Teufel geriet sie immer dann in peinliche Situationen, wenn er in der Nähe war? Als sie Julianas Spind erreicht hatten, fischte diese ein originalverpacktes hellblaues Hemd aus dem Fach, dass sie an sie weiterreichte. Milla blinzelte. Ist das eine 34? Was denn sonst? Na toll, ich hab 36. Juliana setzte ein schiefes Grinsen auf, das ihrem Feengesicht einen verschlagenen Ausdruck verlieh. Eine Nummer kleiner bringt deine Kurven besser zur Geltung. Schon mal darüber nachgedacht? Welche Kurven? Oder lässt mich fett aussehen? protestierte Milla und warf das Hemd zurück in den Spind. Ihr Hals wurde eng, doch sie würde sicher nicht flennen. Nicht hier, nicht jetzt. Dazu war sie viel zu wütend, enttäuscht und unglücklich. Andererseits ach zum Teufel, wo waren die Toiletten noch mal? Er ist ein riesen Arsch, rief Juliana ihr hinterher. Sei froh, dass er nichts von dir will, sonst wärst du nirgendwo vor ihm. Der Rest ging im Lärm der Pausenglocke unter. Mist, jetzt hatte sie nicht einmal Zeit, den Fleck auszuwaschen, damit er zumindest nicht mehr wie eine Leuchtreklame aussah. Auf dem Weg zum Klassenraum traf sie Sven und seinen rothaarigen Freund Finn. Die zwei saßen in englischer Literatur eine Reihe vor ihr. Svens blonde Haare standen wirr vom Kopf ab, als er auf sie zutrabte. Er war einen halben Kopf größer als sie und wirkte schlachsig, was nicht zuletzt an seinen Klamotten lag, die ihm mindestens zwei Nummern zu groß waren. Sie hingen an ihm wie eine Fahne bei Flaute, was ihn zu einem beliebten Ziel des Klassensports machte. Als wäre das nicht genug, trug er eine Brille, die ihm immer dann von der Nase rutschte, wenn er sich in ein Gespräch einbrachte. Interessanterweise schienen ihn die Witzeleien Wenn Nick denkt, seine Eltern hätten Kohle, sieht er im Vergleich zu Sven wie eine Niete aus. Svens Familie ist dermaßen stinkreich, dass ihnen praktisch halb Köln gehört, plus das Bergische Land und die Eifel noch dazu. Kein Wunder, dass er kein Problem damit hat, dass die anderen über ihn herziehen, weil er wie ein verdammter Nerd aussieht, der seine Klamotten bei Aldi kauft. Ich mein, er ist ein PC-Freak, aber einen Billigsupermarkt hat er bestimmt noch nie von innen gesehen. Sven ist einer der wenigen hier, der es nicht nötig hat, sich größer, hübscher oder klüger zu machen. Was sein Intellekt angeht, steckt er uns alle in die Tasche. Und mal ehrlich, wozu muss er gut aussehen, wenn er Kohle bis zum Abwinken hat? Ich möchte nicht wissen, wie viele der Schnepfen, Bill Gates damals eine Abfuhr erteilt haben, weil er wie ein Loser aussieht, sich deswegen heute in den Hintern beißen. Sven sah nicht wie ein Loser aus. Naja, vielleicht ein bisschen. In jedem Fall wirkte er wie der erste Vorsitzende des Schachclubs seiner Stufe. Was er auch war. Oder wie der Präsident des Mathe-Clubs. Was ebenfalls zutraf. Und das kam in Emmas Welt einem Loser ziemlich nahe. Was er nicht hatte, war Ähnlichkeit mit jemandem, der zum Schwimmteam gehörte. Doch auch das entsprach den Tatsachen. Er und sein Freund Finn waren in Nicks Mannschaft, obwohl Miller zugeben musste, dass sie den beiden bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Was zeigte, dass sie ebenfalls in der Lage war, ihre Umwelt zu ignorieren, wenn sie nicht in ihr Beuteschema passte. Sah ganz danach aus, als steckte doch eine Emma in ihr. Nur leider nicht der Teil, auf den sie Wert legte. Hast du deine Bücher vergessen? fragte Sven, nachdem er sie erreicht hatte. Sie blieb wie angewurzelt stehen und schlug sich vor die Stirn. Mist, fluchte sie. Doch er lachte. Kein Problem, du kannst meins haben, ich lese bei Finn mit. Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, das ein wenig verrutschte, als er ihren Gesichtsausdruck bemerkte. Was ist los? Nicht heulen, nicht heulen, nicht heulen. Milla räusperte sich und versuchte die Tränen zurück zu drängen. Hey, was ist passiert? Ich hab dich in der Pause nirgendwo gesehen. Wo warst du? Immerhin gab es zumindest einen Menschen, Es ist nichts. Die grauen Augen hinter den Brillengläsern scannten ihr Gesicht mit einer Intensität, die sie nicht gewohnt war. Lass den Quatsch, bemerkte er und kreuzte die Arme vor der Brust. In Wahrheit benutzte er ein viel schlimmeres Wort, was er ein leises Lächeln entlockte. Du siehst ziemlich fertig aus, also raus damit. Verlegen wickelte sie sich eine Haarsträhne um den Finger. Mein Vormittag war bescheiden und es sieht nicht so aus, als würde der Nachmittag besser werden. Brüderlich legte er eine Hand auf ihre Schulter. Sag mir, was passiert ist und ich wette, dass ich dir helfen kann. Die Wette halte ich, murmelte sie und schlenderte mit ihm und Finn, der ihr zum Gruß kurz zunickte Richtung Klassenraum. Ich habe die Er grinste Natürlich um ein Date. Milla schnaubte Ich will kein Date. Zumindest nicht mit ihm. Und die Wette habe ich definitiv gewonnen. Falsch. Sven warf seine Tasche auf den Boden, zog sich den Polunder aus und reichte ihn ihr. Wenn du den überziehst, sieht kein Mensch deinen Fleck. Wo ist er überhaupt? Sie starrte ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Sein Blick streifte ihr Hemd. Dann suchte er wieder ihre Augen. Er lächelte verlegen. Wer guckt schon auf deine Bluse, wenn er dein Gesicht ansehen kann? Für einen Augenblick verschlug es ihr die Sprache und sie begnügte sich damit, Sven wie ein Hohlkopf anzuglotzen. Der nahm ihr den Polunder wieder ab und zog ihn über ihren Kopf, als wäre sie ein kleines Kind. Und was den Biologietest angeht, wenn du den wirklich verhauen hast, was ich stark bezweifle, aber selbst wenn, kannst du ihn nachholen. Lass dir den Tag nicht wegen seines Bullshits vermiesen. Oder ist noch etwas? Niedergeschlagen seufzte sie. Mein Vater hat unser gemeinsames Wochenende abgesagt. Darauf wurde sein Gesicht ernst. Oh Mann, das ist hart. Tut mir echt sahen sich hinunter. Das mit dem Polunder war eine gute Idee gewesen, von dem Saft war nichts mehr zu sehen. Obwohl ihr das Teil viel zu groß war, wirkte es an ihr irgendwie niedlich. Und ob schon Nick ihr an diesem Tag wahrscheinlich keinen zweiten Blick gönnen würde, fühlte sie sich besser. Vielleicht lag es ja an Svens pragmatischer Art, die Dinge anzugehen. Als sie aufsah, trafen sich ihre Blicke. Miller atmete tief durch und lächelte. Danke. Er setzte ein freches Grinsen auf. Dann haben wir eine Verabredung. Das war dein Ernst? Na klar, wie wäre es am Samstag im Luxor? Das ist ja schon morgen. Er nickte. Äh, welche Uhrzeit? Ein breites Lächeln überzog sein Gesicht. Gegen elf? Okay. Sven sah wie ein Kater aus, der den Sahnetopf ausgeschleckt hatte. Miller setzte zu einer Spitzenbemerkung an, die jedoch im Lärm des zweiten Läutens unterging. So viel zu ihrem neuen Ich. Der Rest des Schultages verlief erfreulich ereignislos, bis sie kurz nach halb vier in ihre wohlverdiente Freiheit entlassen wurde. Sie konnte es kaum erwarten, den Blicken ihrer Mitschüler zu entfliehen und sich in ihrem Zimmer einzuigeln. Doch Emma machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Ungeduldig wartete sie am Ausgang auf sie. Hast du vergessen, dass wir dich mitnehmen? Das hatte sie tatsächlich. Erde an Miller! Du übernachtest dieses Wochenende bei mir! Also mach hin! Meine Mutter wartet auf uns! Also schön! Planänderung! Miller hielt Emma am Ärmel fest. Ich habe Sven versprochen, dass wir ihn am Samstag im Luxor treffen. Emma riss die Augen auf. Wie hast du das hinbekommen? Äh. Emma lachte über ihren Gesichtsausdruck und zog sie Richtung Parkplatz. Der ist sowieso viel süßer als Nick. Und das Luxor, guter Stil, ich Lächeln auf. Sie hinterlassen uns immer eine Mörderkohle, wenn sie fürs Wochenende den Abflug machen, als ob wir verhungern würden. Naja, ohne den Zaster würdet ihr das wahrscheinlich auch. Was zahlt er in Marienburg für eine Pizza mit Goldrand? 20 Euronen oder was? Darauf brach Emma in wieherndes Gelächter aus. Komm schon, du weißt genau, was ich meine. Allerdings, sie die Bahn nehmen, aber zurück blieb ihnen nichts anderes übrig, als ein Taxi zu besteigen. Dazu kamen Getränke, deren Preise zum Gruseln waren. 5 Euro für ein Glas Wasser. Wasser, nicht Champagner. Da brauchte sie über eine Cola nicht mal nachdenken. Als wäre das nicht genug, hatten sie auch noch Monatsende. War ja klar. Da Emmas Mutter in der Gegend Besorgungen zu erledigen hatte, setzte sie Milla zu Hause ab, um sie eine halbe Stunde später wieder aufzugabeln. Milla verschwendete keine Zeit. Zwei Stufen auf einmal nehmend rannte sie auf ihr Zimmer, pfefferte die Schultasche auf den Schreibtisch und schälte sich aus der Uniform. In Jeans und T-Shirt zog sie eine olivfarbene Reisetasche unter dem Bett hervor und warf ein paar Sachen zum Wechseln sowie ihren Kulturbeutel hinein. Anschließend ging sie in die Küche, um ihrer Mutter eine Nachricht zu hinterlassen. Als sie die Tür öffnete, schreckte sie zurück, als wäre sie gegen eine Wand gerannt. Mac saß an der Theke, die Zeitung in der Linken, einen Becher Kaffee in der rechten Hand. Was hatte der hier verloren? Normalerweise arbeitete er um diese Zeit. Dann fiel ihr Colin wieder ein. Mist, wahrscheinlich zogen sie heute so ein Vater-Sohn-Ding durch. Neidisch? Sie? So weit kommt's noch. Mac senkte die Zeitung. Du kannst reinkommen, ich beise nicht. Erst jetzt fiel er auf, dass sie wie angewurzelt in der Tür stand. Ähm, sorry, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ist Mama im Atelier? Helen ist vor einer Stunde ins Museum gefahren, um das Hängen ihrer Bilder zu besprechen. Milla hatte auch nicht erwartet, sie anzutreffen. Sie würde ihr ein paar Zeilen hinkritzeln und das Weite suchen. Tja, also, ich fahre jetzt zu Emma und übernachte dort. Ich schreibe Manuel kurz eine Nachricht. Max Braun hoben sich. Solltest du sie nicht vorher fragen? Sie ist aber nicht da. Er zückte sein Mobiltelefon und reichte es ihr. Ruf sie an. Sie zog eine Schnute, erließ ihrer Mutter eine Mitteilung und gab Mac das Handy zurück. Seine Miene war nicht zu deuten, als er es entgegen nahm. Das nächste Mal fragst du sie, bevor du etwas vereinbarst. So machen wir das immer, rief sie empört, was eine faustdicke Lüge war. Aber herrje, was sollte das werden? Machte er jetzt einen auf Vater oder was? Das konnte er vergessen. Paul Milla ließ ihre Tasche fallen und umfing sich mit beiden Armen. Wenn mir vorher jemand Bescheid gesagt hätte, wäre das auch kein Problem gewesen. Für einen Moment sah Mac aus, als hätte er Zahnschmerzen. Dann blickte er zu Boden und kratzte sich im Nacken. Das tat er meistens, wenn er über etwas nachdachte oder wenn er verlegen war. Letzteres war allerdings erst einmal vorgekommen, bei ihrem ersten Treffen. Aus diesem Grund wusste sie nicht, ob er gerade über etwas nachgrübelte oder sein Unbehagen verbergen wollte. Wahrscheinlich war ihm das nicht einmal bewusst. Im Grunde war es eine sympathische Geste, denn er wirkte beinahe normal, nicht wie ein südamerikanischer Ex-Diktator. Die Sache mit Colin tut mir leid, Melena, das hatten wir anders geplant. Sie etwa eine Entschuldigung von Mr. Ich esse morgens nur rostige Nägel zum Frühstück? Ich, ähm, sie räusperte sich, wenn ich zurück bin, kümmere ich mich um ihn, okay? Das würdest du tun? Na klar, ich meine, er ist doch dein Sohn. Wer war jetzt der Schleimer? Sie räusperte sich, um ihre Befangenheit zu vertreiben, die sie immer in seiner Nähe überfiel. Wo steckt Das Knirschen von Reifen im Kies erlöste sie von diesem zermürbenden Gespräch. Sie warf einen Blick aus dem Küchenfenster und entdeckte den schwarzen BLK von Emmas Mutter. Tja, also, ich komme mit raus, sagte er in einem Ton, der keinen Widerspruch doldete. Er nahm ihre Tasche und begleitete sie zum Wagen. Emmas Mutter begrüßte ihn durch das offene Seitenfenster und begann ein Gespräch mit ihm. Um das Ganze abzukürzen, nahm Milla ihr Gepäck an sich und warf es in den Kofferraum. Was soll das denn werden, Elternsprechtag? raunte Emma, nachdem sie auf der Rückbank Platz genommen hatte. Milla hob die Schultern. Ich habe schon befürchtet, dass er mich nicht fahren lässt. M schnaubte und stellte das Radio an. Magical von Suspense lief, ihrer Lieblingsband. Sie summte den Refrain mit, bis sie Emmas Stöhnen unterbrach. Jetzt tauschen die auch noch Nummern aus. Wenn sich meine Eltern wegen dem scheiden lassen, kannst du dir eine neue Freundin suchen. Es gelang ihnen, zwei Sekunden ernst zu bleiben, dann prusteten sie los. Was ist denn jetzt noch? stöhnte Emma, als die Tür zum Fond aufging und Max Gesicht in Nacken und diesmal war er eindeutig verlegen. Dann beugte er sich unvermittelt zu ihr und drückte ihr einen gefalteten Zettel in die Hand. Ruf an, falls du was brauchst. Bevor sie etwas erwidern konnte, schloss er die Tür und klopfte zweimal kurz auf das Wagendach. Emmas Mutter fuhr los und Milla öffnete die Hand. Darin befand sich kein Zettel, sondern ein gefalteter 50-Euro-Schein. Überrascht schnappte sie nach Luft. Als sie sich umdrehte und einen Blick zurückwarf, war Meg bereits im Haus verschwunden.